Oskarreife Schrotthändler oder schrottreife Oskarpreisträger, Superhelden oder Superbösewichte oder Altherrenfantasien oder doch ein Neuanfang. Um all diese Fragen und Themen wollen wir uns heute hier in KinoPlus kümmern. So, herzlich willkommen. Die beiden Herren hier haben schon eben geschmunzelt, was ich hier wieder für eine Eloquenz von mir gebe. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe KinoPlus und heute ist alles ein bisschen anders, denn der Etienne hat leider eine sehr, sehr schwere Bronchitis erwischt und wir haben gleichzeitig aber auch eine Gelegenheit, wurde uns angeboten, die wir nicht ausschlagen konnten. Deswegen setze ich die Sendung heute so ein bisschen aus Flickwerk zusammen, das wir innerhalb der letzten zwei Tage aufgenommen haben. Mit mir hier auf der Couch, auf der Gastcouch möchte ich sagen, sitzen zum einen Max Zähle und zum anderen Lukas Gregorowitsch. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Besser als ich es jemals könnte. Okay. Max Zähle ist der Regisseur von einem Film namens Schrotten, der nächste Woche zu uns in die Kinos kommt und Lukas ist sein Hauptdarsteller. Und die beiden stehen uns heute für mal, keine Ahnung, 30, 40 Minuten zur Verfügung, um so ein bisschen hier den Nerdtalk rauszulassen, aber auch natürlich was mit dem Schrotten zu erzählen und vielleicht ein paar andere Ansichten und Einsichten ins deutsche Filmschaffen zu schaffen. Sehr gerne. Und ich freue mich sehr, also falls ihr euch wundert, falls ich nachher irgendwie im nächsten Teil andere Klamotten anhaben sollt oder nicht, dann nicht verwundert sein, denn wie gesagt, wir setzen diese Sendung heute etwas anders zusammen, denn wir beginnen quasi mit unserem Gast-Talk. Und ja, heute kommt Captain America Civil War oder The First Avenger Civil War, so heißt es ja bei uns in Deutschland, ins Kino. Und wir haben natürlich auf eure Wünsche gehört, wir werden erst im späteren Verlauf der Sendung darüber reden und versuchen erstmal nur eine kurze, knappe, sachliche Analyse von diesem Film irgendwie zu geben und dann halt nicht so groß in den Spoiler-Talk zu verfallen, aber halt dann auch erst am Ende, weil es kann ja sein, dass der ein oder andere von euch wirklich sehr sensibel ist, was dieses Thema angeht und dann hat er die Möglichkeit, abzuschalten. So traurig das da noch sein mag, aber man kennt es, es ist sensibel. Ich weiß nicht, wie reagiert ihr auf Spoiler? Auf Abschalten? Ja, auf Abschalten, das ist wahrscheinlich noch schlimmer. Aber seid ihr so spoiler-empfindlich? Könnt ihr, oder? Ja, derbe. Man bringt ja überhaupt keinen Bock, wenn man mit dem Wissen reingeht. Naja, aber ich meine, jeder definiert ja Spoiler auch schon mal anders als irgendein anderer so. Also ich meine, es gibt ja Leute, die sind... Kann man das verschieden definieren? Naja, Spoiler ist Spoiler, oder? Aber zum Beispiel, was ist das für ein doofes Beispiel, das könnte ich jetzt sagen. Also wir haben ja alle Star Wars gesehen, ne? Wenn ich jetzt sagen würde, in Star Wars taucht jetzt irgendwie Harrison Ford auf und Leia taucht auf und was weiß ich. Man hat es zwar im Trailer gesehen, aber dann kann es für den einen oder anderen, der sich halt zum Beispiel von den Trailern distanziert hat, kann der ja sagen so, nee, will ich gar nicht wissen. Also ich will gar nicht wissen, wie die da auftauchen, wann die da auftauchen und so weiter und so fort. Aber obwohl es halt, sag ich mal, Teil der offiziellen Inhaltsangabe ist. Ah, okay. Also meinst du auch keine Inhaltsangaben lesen? Sowas in der Art. Das ist schwierig, ja. Ich meine, man kommt immer darauf an, wer die Inhaltsangabe verfasst, ne? Kann auch ein Idiot sein. Ja. Kann sein. Oder halt die Werbemaßnahmen. Aber das sind nur Menschen. Ja. Wir haben hier eine kleine Tradition in dieser Sendung. Wir fragen, egal wer hier sitzt, ob es jetzt nur ein Moritz Bleibtreu war oder ein Steven Gäthchen oder keine Ahnung, die Jungs von Sky Sharks oder was weiß ich. Was Sie als letztes gesehen haben, das wäre jetzt auch meine Frage an euch. Was war das Letzte, was ihr euch angeschaut habt? Verdammt. Du bist ja frischgebackener Vater. Kino habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Mein Sohn ist vor, na gut, ist mittlerweile dreieinhalb Monaten zurückgekommen. Das heißt, mit Kino hatte ich nicht wahnsinnig viel am Hut. Herzlichen Glückwunsch und Nachträgen. Dankeschön. Insofern mach du das mal. Ich muss ein bisschen in die Vergangenheit wühlen. Spotlight war das Letzte, was ich im Kino gesehen habe vor einem Monat. Spotlight, ne? Der Oscar-Gewinner. Genau, ein super Film. Und was ich jetzt verpasst habe und hoffe erst noch mitzukriegen, ist tatsächlich Batman. Also Batman vs. Superman. Das würde ich gerne sehen. Das steht an. Ja, aber Spotlight vor zwei Wochen. Vor zwei Wochen erst? Ja. Habe ich ihn recht spät gesehen. Im kleinen Kino in Wien, wo ich gerade lebe. Im Original, das gibt es ja echt noch viel. Ich weiß nicht, in Hamburg gibt es in Hamburg ein Original? Also wir haben hier schon einige, sagen ich mal... Im Grindel gibt es schon lange nicht mehr, ne? Das Grindel-Kino gibt es nicht mehr, ne. Da ist jetzt mittlerweile, glaube ich, ein Budnikowski. Wahnsinn, ey. Und wo geht ihr hin, wenn ihr englische Filme guckt? Es gibt das Savoy-Kino. Die zeigen ziemlich viele englische Filme. Es gibt im Abaton-Kino auch immer wieder englische. Da habt ihr heute Abend eure Premiere von Schrott. Genau, da ist heute Abend die Premiere von Schrott. Da gibt es auch immer wieder englische Filme. Auch im Original, ja. Und dann gibt es noch das Zeise-Kino. Da werden auch englischsprachige Filme gezeigt. Und es gibt sogar englischsprachige Vorfügungen jetzt auch im Cinemax und so. Also da sind die nicht so. Ich weiß auch gar nicht, ob eine Sneak-Preview immer in Deutsch ist. Ich weiß nicht, ich war schon ewig nicht mehr in einer Sneak-Preview. Aber weil ich die Filme halt dann doch auf andere Art und Weise sehen kann. Deswegen aber auch in so größeren Ketten gibt es mittlerweile englische Vorfügungen. Dass man auch die Blockbuster auf Englisch auch gucken kann. Vor allem die... Und nicht nur die kleinen Programmfilme und so. Genau. Also auch zu Hause hast du nichts gesehen, oder? Also zu Hause gilt auch, oder? Zu Hause gilt auch, ja, ja. Oh mein, das ist krass. Also ich war auf jeden Fall im Kiel, tatsächlich in Star Wars, das letzte Mal. Das ist ja echt schon ewig her. Das ist lang her. Das ist lang her. Welcher Teil? 1986. Ey, verdammte Axt, ey. Ich habe keine Ahnung, ey. Ist wahrscheinlich auch noch nicht passiert, ne? Das war nicht, was jetzt im Film angesehen hat zum Schluss. Na gut, bist du da auch nicht? Das ist total normal. Das fällt dir gleich an, wie die Sendung vorbei ist. Verdammt normal, der war gut. Und der war gut, der Film. Ich komme noch drauf zurück. Ich kann es dir nicht sagen. Wie fandst du Star Wars? Ich fand Star Wars gut. Ja? Ja. Also jetzt auch... Ich fand es echt gut. Ich habe mich echt gut unterhalten gefühlt. Es ist natürlich so ein bisschen... Es ist ein neuer Yoda auf einmal drin gewesen mit der... Ich weiß nicht, war es eine Bibliothekaren? Katana. Ja, genau. Man hat einfach die Elemente wiedergesehen, die man einfach schon kannte. Aber ich habe mich echt gut unterhalten gefühlt. Insofern war ich total fein mit dem Film. Bis auf die Frisur von Harrison Ford. Das hast du eben schon gesagt, ne? Er ging gar nicht. Der hat irgendwie echt ein Frisurenproblem. Also man sollte ja selber schön die Klappe halten, aber irgendwie... Harrison Ford hat echt irgendwas mit seinen Haaren. Gut, der Mann wird halt auch nicht jünger, ne? So ist es. Aber da muss man jetzt so stehen. Und der sieht halt immer so aus. Der hat so einen Schnitt von so einem 25-Jährigen, der aber auch so ein bisschen aus der Form geraten ist. Und das passt irgendwie nicht. Also es passt nicht zu Han Solo. Han Solo hätte irgendwie anders altern müssen, finde ich. Aber... What am I to say? Aber wo du jetzt eben... Wo du jetzt eben halt auch angesprochen hast, dass du den im Original gesehen hast. Bist du so ein O-Ton-Verfechter? Ja, total. Ja? Total, ja. Auch wirklich totaler... Wirklich echt radikal da drin. Ich halte es auch echt schlecht aus tatsächlich, den Film. Ich fühle mich dann irgendwie... Ich fühle mich verarscht. Verarscht? Ja, wirklich. Weil die Stimme ist weg und die Stimme macht... Also vielleicht ist es auch mal eine Eitelkeit als Schauspieler oder dass man irgendwie so drinsteckt. Die Stimme macht es ja genauso, macht ja die Person genauso aus wie alles andere auch. Also die Augen sehen den Menschen und die Ohren hören den. Und wenn man eine ganze Weile mit dem O-Ton geguckt hat, dann wirkt das ja auch unglaublich fake, wenn man auf einmal eine deutsche Stimme drauf geht. Ja, aber ich habe auch die Theorie, dass eine ganze Generation von deutschen Schauspielern, nämlich meine, echt versaut ist durch die... Geh durch ran. Nein, nein, nein. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Echt versaut ist durch Synchronisation, weil sie denken, man spielt so. Wenn man jetzt so... Keine Ahnung. Man nimmt ein banales Beispiel von De Niro und seinen Synchronsprecher zum Beispiel. Und dieses Aus... Natürlich ist es eine tolle Stimme von... Wie heißt der Mensch? Der... Christian... Oh ja, ja. Berühmte Stimme. Ihr kennt jeder. Wahnsinn. Tolle Stimme. Toller, toller Erzähler und so. Aber der spricht das halt so aus. Und wenn man De Niro dann spielen sieht, dann ist das alles viel beiläufiger und viel lebensächlicher und auch vernuschelter und so. Und nicht so ausgespielt. Und ich finde das immer, das ist eine Interpretation von dem Schauspieler, der die Stimme sozusagen gibt. Aber es ist nicht das Original. Ich denke, James Dean zum Beispiel, der war ja schon tot, als Giganten geschnitten wurde. Und diese letzte Sequenz von Giganten ist synchronisiert. Von auch die englische Stimme? Die englische Stimme. Das ist nicht er. Aber wie siehst du das dann als Schauspieler? Also ich meine, du hast jetzt gesagt, Robert De Niro spricht so beiläufiger oder nuschelt auch mal was weg. Ich meine, oder vielleicht dann auch als Regisseur, ist es dir wichtig, dass eher die Authentizität dann dieser Figur gewahrt wird? Authentizität. Authentizität. Das ist ein verdammtes Wort. Typ, was meinst du denn? Ich weiß nicht. Oder ist man dann doch noch mit einem Ohr beim Zuschauer, dass der halt auch was verstehen muss? Ich glaube, das ist, also ganz wichtig ist, dass es authentisch bleibt. Ich glaube, man muss ein bisschen abwägen, was ist wichtig, was der Zuschauer verstehen muss. Und was ist einfach, was passt einfach auch für die Rolle, wenn er was wegnuschelt oder wenn er was wegspielt. Der Schauspieler, der ist ja in dem Moment die Rolle. Und wenn er in dem Moment das Gefühl hat, er redet so, dann ist das auch richtig. Allerdings natürlich das Gefühl, das muss ich als Regisseur dann auch passen, wenn es wichtige Textstellen sind, die einfach fürs Verständnis der Geschichte wichtig sind. Da muss man gegebenenfalls ein bisschen drauf achten. Aber ansonsten gibt es ja nichts Besseres, wenn ein Schauspieler das so verinnerlicht und er sich dann auch sicher ist, wenn er was schön wegnuschelt, weil er der Meinung ist, dass das dann gut passt. Ich meine, ich komme jetzt nicht umsonst auf das Thema, weil wir haben ja, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, gestern eine etwas traurigere Nachricht irgendwie. Tom Hanks, Synchronsprecher. Der Arne Elsholz, der Synchronsprecher von Tom Hanks ist gestorben. Also nicht nur Tom Hanks, Bill Murray, Steve Guttenberg und was weiß ich, wen er alles noch gesprochen hat. Mutiger Mann, ey. Und ja, es ist ein bisschen schade, weil ich meine, meine Generation, deine Generation, wir sind halt nun mal mit diesen Stimmen dann doch aufgewachsen. Total. Ich weiß nicht, so ein Bill Murray ohne die Stimme von Arne Elsholz wäre vielleicht nie irgendwie, muss ich jetzt mal sagen, wäre vielleicht nie so mein Favorit geworden, wenn Arne Elsholz nicht das gemacht hätte, was er gemacht hat. Doch, wenn du den Synchronsprecher, glaube ich, niemals kennengelernt hättest und von Anfang an nur an Bill Murray gewohnt wärst, dann würdest du so nicht denken. Weißt du, das ist... Ja, aber ich bin ja nun mal halt... Ja, ist so. Ich komme aus Deutschland. Nein, das ist total. Deswegen sind das auch Legenden natürlich und die Sprecher total. Man ist mit, wie du sagst, mit der Stimme aufgewachsen, mit meinem Herz gewachsen über die Jahrzehnte. So und die sind ja mit den Schauspielern auch alt geworden oder älter geworden und so. Klar, aber es ist ein eigenes, zum Glück, also am besten ist, wenn man es sich aussuchen kann. Also das ist natürlich das Tollste, weil klar will nicht jeder sich anstrengen und das Englisch nicht verstehen. Es gibt auch Filme, die kannten, zum Beispiel Inherent Vice, der letzte Anderson-Film mit Joaquin Phoenix. Genau, mit Joaquin Phoenix und da war ich raus. Ich habe den Schnack von denen, das war mir irgendwie... Ich habe es einfach nicht verstanden, weil ich einfach nicht in Los Angeles gelebt habe und den Slang auch nicht verstanden habe und das macht dann keinen Spaß. Aber da kann ich dir sagen... Nichts verpasst, sagst du? Nee, nichts verpasst, das will ich nicht sagen. Ich finde den Film großartig. Ich muss sagen, ich habe ihn jetzt auch schon dreimal gesehen und ich finde ihn eigentlich fast bei jedem mal besser. Aber ich bin noch riesen Fan... Jeff Goldblum hier, Jeff Goldblum hat er auch noch synchronisiert. Ich bin riesen Fan von dem Buch, von dem Inherent Vice, von der Vorlage. Oh Mann, jetzt sind wir echt in einer gefährlichen Ecke so. Nur Original gucken und das Buch ist besser als der Film. Ich wollte nur sagen, wenn du das Buch liest, verstehst du halt auch nichts. Das Buch schafft es, den Zuschauer so zu verwirren. Du hast zwar immer irgendwie gerade für den Moment, okay, jetzt habe ich den nächsten Schritt kapiert, aber das Gesamtkonstrukt, das bleibt dir halt echt wirklich verborgen. Das fand ich halt sehr geil an diesem Buch. Was natürlich auch mit diesem Charakter später natürlich sehr oft unter Drogeneinfluss steht und man nicht genau weiß, ist er jetzt wirklich blöd oder ist er einfach nur drauf? Oder ist er jetzt irgendwie cleverer als alle anderen? Ja, klar. Aber ja, Arna Elsholz ist halt leider schade. Also wirklich, tut mir sehr leid. Und vor allem, ich bin jetzt mal gespannt, Tom Hanks hat ja jetzt gerade noch einen Film, der sogar diese Woche in die Kinos kommt. Von Tom Tick war. Ja, genau. Ein Hologramm für den König. Das wird dann ja wahrscheinlich mit die letzte Arbeit von ihm dann gewesen sein. Gehe ich jetzt mal von aus. Und ich mochte halt immer dann, wenn er so wirklich diesen... Ich mag halt auch diese Bud Spencer, Police Academy, Dünnsens Dialoge so. Ja, ich meine, das ist halt meine Jugend so. Und ja, es ist halt ein trauriges Kapitel. Ja, sehr traurig. Gut, dann wollen wir noch einmal kurz gedenken an den jungen Mann. Und ich würde sagen, wir machen dann einfach mal eine kleine Werbung und steigen dann mit eurem Film mal ein und gehen ein bisschen ins Detail, um was es bei Schrotten genau geht. Aber das mehr nach der Werbung. Sehr gut.